Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Alawach1993 Auf der Map Downhill, irgendwo, Rhön, Alps, Frankreich und wir spielen heute PDW 7.50, Magazinerweitung, Lasermarkiere, langer Lauf, Leichtgewicht, Sehigkeit, Totenschille, Quantein, Primärwaffe und Extra 3Gier Jawohl, ich habe eben zwei Lobbys gehabt, Hacker, Camper, nur Huren, Söhne, das ist nicht wahr Ist mein Mikrofon überhaupt ein, ja, super, ohne Scheiß, nein, du machst mich nicht kaputt Ohne Scheiß, da waren schon, was, Huren, Söhne, bist du nicht mehr drin, einfach nur so eine übelste Missgeburtin Die meinten wirklich zu hacken, alles drum und dran, könnten mal so nebenbei bei mir ein paar Nebengeräusche auftreten, weil ich habe Fenster auf Ah, fuck it, ja, ich wurde von hinten schon beschossen, scheiße, Mann Mein Gott, na gut, ich habe schon länger jetzt nicht mehr gespielt, ich muss ja mal wieder reinkommen, ganz easy peasy War eh zu warm zum Zocken, ohne Scheiß Ja, sicherlich Ob der nicht eventuell hackt, auf jeden Fall, es wird halt Ähm, ja Nein, Mann, ey, ach, ja, zu viel CSGO und so Ähm, es wird auf jeden Fall leider viel, viel stärker und schwerer, ne, ne ordentliche Lobby zu finden, wo keine Hacker drin sind Ähm, ja, wo man halt ordentlich spielen kann, die nicht angefangen ist, ist es sowieso schon schwer genug, irgendwie was zu finden Und wenn denn noch irgendwie solche Spinner drin sind, die meinten Hacken zu müssen Ja, das ist halt langsam scheiße, also es wird langsam schwer, hier irgendwie was Gutes rauszuhauen Allein, weil die Ferien jetzt beginnen Überall So langsam, da ist keine Okay Es gibt ihnen eigentlich den Grund hier zu prefilen Ja, sicherlich, du Scheiße Ja, nice Nice Mein Gott, Alter, der hat doch schon wieder Hack an, Mann Wieso, wieso muss der hacken, Mann Was ist das denn für eine Scheiße Dadurch wird er auch nicht cooler Ich weiß es nicht Er hat keine Drohne, kein nichts, kein gar nichts Ähm Wo ist denn die, du? Der ist drin Meine Fris, das hat aber lange gedauert Bis ich den mal dauernd hatte Eigentlich viel zu lange, ehrlich gesagt Von hinter uns müsste eigentlich neuner sein, da Fick dich, du Scheißbastard Zum Glück habe ich eine Drohne dabei gehabt Beziehungsweise, mir wurde eine Drohne zum Glück gegeben Hinter mir Da hat man gerade Dingenschlitzen gehört Ja, genau Tja, Pech gehabt, wa? Wenn ich mich Jo Nein, ey Der hat einfach nur abgelenkt Scheiße 9,6 Ja, ich weiß es nicht Ich freue mich auf jeden Fall Ich sag mal so Freuen Es sieht interessant aus Black Ops 3 Und ich bin mal gespannt Ich hoffe mal, dass es Nicht so wie AHW wird Dass man da, ich sag jetzt mal Die ersten, nächsten Monat circa Spielen kann Und dann Danach Ähm, ja leider Leider Deinstallieren muss Weil man nur noch Idioten da Lol War das nicht, gar nicht meine? Dass man da nur noch Idioten findet Auf dem PC Denn eh nichts mehr los ist Und dass da wirklich denn nur Hacker sind Also du warst zumindest bei mir Advanced Waffe Na scheiße Mein Ey, ich warte auf den Kopf drauf, man What the fuck Ah, nun gut, egal Das ist auf jeden Fall Ein bisschen windig gerade bei mir Ah, ich versuche mal von Ein bisschen zu umgehen Zack Down Na gut, jetzt haben sie wieder eine Drohne Ich bin aber noch gespannt Wo die sind Ich glaube nicht, dass die mich Auf dem Schirm haben Ah, kommt doch an Wie oft sie auf eine Karte gucken Auf der Minimap Ah, fick dich Ja, fick dich doch Du scheiß Knife Runner, Mann Du blöder Hurensohn Das ist doch nicht wahr, Mann 14, 9 Ey, das ist doch so widerlich Ohne Scheiß, Mann Der hat doch nichts besseres zu tun Als irgendwie so eine Scheiße Da zu machen, Mann Er fühlt sich auch wieder cool Hey, ich tue Leute messen Wie geil Ich camp mich irgendwo hin Und versuche Leute zu messen Vor allem, das ist nicht lustig Oder sonst irgendwas Das ist einfach nervig Bis zum Geht nicht mehr Fick dich Vor allem, er sprintet auch immer In dem Moment los Wo man nicht wirklich Aufmerksamkeit Zu dem Typen zeigt Zack Nochmal ein weg Winkelende Weg Weg Naja, geht doch Oh, oh Gehört mal hier den Winkel enden Lol Komm, sterbt, Mann Hinter mir wahrscheinlich noch irgendwann Gerade nicht Ich hoffe mal Ich kann die Zeit kurz mal nutzen Zum Nachladen Zack War klar Weil Irgendwann switcht aus der Spawn Dass die praktisch alle hinter mir sind Und dann ist klar Dass die Scheiße Irgendwann hinter mir kommen Ach, komm schon 22.10 Das geht eigentlich Ich hab mich eigentlich Ganz gut hochgeschlafen Jetzt schon Der ist da auf jeden Fall noch drin, ne? Ich muss aber bloß kurz mal aufpassen Nicht, dass der Andere Spacken von hinten kommt Links neben mir ist einer Den hat man gehört Jawohl Immerhin noch ein 25.10 Der andere Spast Ich weiß nicht Der hat komisch gespielt Kann auch immer zu der Zeit gewesen sein Wo Ja, die Drohne immer oben war Das hab ich ja nun nicht immer genau verfolgt Also von daher Kann sein, dass da einfach nur gut ist Möchte ich halt einfach nicht beschreien Und ja War eigentlich eine gute Runde Hat zwar schlecht angefangen Aber mit dem 25.10 Immer noch glücklich geendet Ähm Ja, und der Ampex Wollte noch mal eine Kaserne sehen Keine Ahnung Was da jetzt so Großartig jetzt zu sehen ist Das sind halt meine ganzen Primärwaffen Sekundärwaffen Habe ich halt noch nicht so frei Zumindest in der Herausforderung Hoppala Ähm Ja Mein Emblem Meine Visitenkarte Klamarkierung habe ich nicht drin Liga spiele ich nicht Ich denke mal eher die Kaserne richtig Karriere Da siehst du mal Plastisch 3 Level 43 Zwei Tage Für 14 Tage Das sind 102 Spielstunden Alles drum und dran Vitrine habe ich noch nicht Ja, wenn sie ein Screenshot Profil Zusammenfassung Geht das halt jetzt noch mal langsam durch Spielmodi Herrschaft am meisten Team Deathmatch Medaillen Eigentlich alles 1,94 Vektor Wie gesagt Keine Ahnung Was da Was da jetzt so Besonderes dran ist Aber Ja Denk mal Das ist so Bestenliste Ist unwichtig Die Karte auch so Ja Ich denke mal Ich hoffe das hat gereicht Ampex Wenn du noch mehr sehen wirst Einfach mal reinschreiben Auf jeden Fall hoffe es hat dich gefallen Ich bin raus Ich bin Adlerbach1993 Und bis morgen Und ja Dann sag ich mal Ciao Leute Und genieß den Tag Bis zum nächsten Mal